Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Heute singen wir aus dem evangelischen Gesangbuch einen Kanon Nummer 2. Er ist die rechte Freudensonnen und ich freue mich, dass der Magdeburger Kantatenchor den Kanon mit mir singt und unter Leitung von Tobias Börmchen. Er ist die rechte Zeugensonnd, er ist die rechte Zeugensonnd. Er ist die rechte Zeugensonnd.